So da der Bastelzeit und heute mal wieder ein bisschen was aus der Netzwerkecke. Und zwar manchmal ist es sinnvoll unterwegs Dinge zu haben die WLAN sprechen. Ja klar Laptop, Handy und so. Aber ich dachte eher an Router und naja meistens habe ich halt hier solche Dinge. Das ist jetzt ein Archer C6. Ist eigentlich ein ganz tolles Ding, kann auch viel WLAN, aber mobil ist das jetzt nicht unbedingt. Und ich bin auf der Suche nach mobilen Dingen. Bisher da hatte ich dann dafür so einen Carambola. Das ist dieses Ding hier. Carambola ist eigentlich hier dieses kleine Board. Das ist so eine Entwicklungsplattform auf Basis vom RALINK RT3050F. Und das hier ist dann nochmal so eine Entwicklungsplatine. Die gab es dazu. Da hat man zweimal LAN-Ausgang, einmal USB, einmal seriell und halt die ganze Stromversorgung und so weiter. Eigentlich ein ganz praktisches Teil, hat aber zwei Probleme. Nummer eins, ganz so kompakt ist es jetzt auch noch nicht. Und Nummer zwei, möglicherweise habe ich es gegrillt. Der Chip hier auf der Unterseite, das müsste glaube ich der RAM sein, der nach dem Initialisieren kommt ja irgendwie auf 90 Grad oder so. Ich glaube, das können wir als kaputt einstufen. Ich war zwar kurz überlegen, ob ich den IC wechsle, aber ich vermute, dass das durch eine Überspannung kam. Und ich hatte noch ein USB-Gerät dran, was auch ein Problem hat. Von daher, ich schätze, selbst wenn ich den IC tausche, dass das Ding nicht mehr zum Leben zurückkommt. Ja, wenn wir hier von so einem Router reden, zum Beispiel hier der. Wie gesagt, der hat den Raling 3050F drauf. Wenn ich richtig gesehen habe, 320 MHz, 8 MB Flash und 32 MB RAM. Außerdem, wie gesagt, WLAN, das Ding kann 2,4 GHz zumindest. Ist jetzt nicht viel Leistung, aber dadurch, dass eine freie Software hier drauf läuft, kann man eine Menge damit machen, was halt bei vielen kommerziellen Routern nicht drin ist. Ich hatte zum Beispiel verwendet, um meinen Zigbee hier entgegenzunehmen, aufzubereiten und dann per WLAN wieder weiter zu schicken. Und ja, gerade solche Sachen mal schnell installieren, ist halt nur mit freier Software, so einem Linux oder so da drauf. Üblicherweise nur dann möglich. Wie gesagt, der hier gegrillt, das heißt, ich brauchte was anderes. Und zwar möglichst ja, jetzt. Habt mir dann auch mal was geholt und bin mal gespannt, wie gut das läuft. Und das ist der hier. Auch ein TP-Link-Gerät. Wie heißt der offiziell? Offiziell heißt der AC750. Die Typennummer, die uns interessiert, ist aber eher der WR902AC. Das ist die Version 3. Versionen muss man immer so ein bisschen aufpassen. Es gibt Versionen oder bei manchen Herstellern heißt es Revisionen. Im Prinzip geht der Hersteller hin, bringt das Produkt auf den Markt. Und nach einiger Zeit kann es sein, dass sie Dinge daran ändern, weil sie gemerkt haben, okay, da ist was schief gelaufen irgendwie. Da ist ein bekannter Fehler, den wollen wir beheben. Oder es gibt Bauteile, die plötzlich nicht mehr so gut lieferbar sind. Und dann gibt es plötzlich neue Versionen. Und dann ist plötzlich im selben Produkt, was ähnliche Funktionen hat. Allerdings dummerweise eine andere Hardware drin. Und das wird für uns problematisch, wenn wir da eigene Software drauf machen wollen. So, machen wir hier mal die Dings ab. V3 sollte eigentlich funktionieren. Denn ja, wie gesagt, ich möchte auch hier freie Software drauf haben. Heißt bei Routern üblicherweise fast immer OpenWrt. Glücklicherweise aktuell noch meistens möglich. Es gibt immer mehr Bestrebungen, das zu verhindern. Offizielle Aussage ist, naja, wenn wir hier dafür sorgen, dass keiner Firmware installieren kann, dann kann auch keiner böse Firmware installieren. Zum Beispiel Dinge, die die Sendeleistung hochsetzen oder anderweitig dann andere Leute stören könnten. Ja, ich halte von der Aussage jetzt nicht ganz so viele Leute, die illegale Sachen machen wollen, machen illegale Sachen. Egal, ob es noch ein Verbot mehr gibt oder nicht. Wohingegen halt eine freie Software durchaus in der Lage ist, so ein Produkt wertvoller zu machen. Im Sinne von, es kann plötzlich mehr und hat jedenfalls auch eine höhere Lebensdauer. Ja, bevor wir auspacken, können wir ja gerade mal die Specs hier gucken. Hier stehen sie, glaube ich, nicht drauf. Wenn wir online gucken, sehen wir aber, das ist ein MediaTek Chip, der hier drin ist. MT7628AN. Von der Geschwindigkeit her ein bisschen stärker als der alte. Der hier hat nämlich 580 MHz, 8 MB Flash und 64 MB RAM. Außerdem Dual Band, das heißt also sowohl 2,4 als auch 5 GHz. Kann auch mal hilfreich sein. Hat ein paar Nachteile, aber kommen wir gleich zu. Ja, hier so sieht das Ding aus. Und der Vorteil, weswegen ich mit dem geklickt habe, werden wir den hier raus operieren. Oh, ne, doch nicht. Ich dachte, der hätte irgendwie ein Netzteil oder so dabei. Aber er hat Micro-USB, ist zwar nur Micro, aber Micro-USB hat man unterwegs halt eher mal dabei als hier irgendeine Hohlbuchse wahrscheinlich. Mit, ich glaube, 9 oder 12 Volt wollte der hier haben. 5 Volt Powerbank dran oder so. Oder ein USB-Netzteil vom Handyladegerät. Dann passt das schon. Ich schätze mal, hier ist auch was drin. Yay, hier ist was. Überraschung, ein wunderschönes USB-Netzteil. 5 Volt, 2 Ampere. Ich hätte mal gelesen, irgendwas so etwa 2 Watt im Betrieb braucht das Ding. Und wir haben ein Micro-USB-Kabel. Bisschen kurz. Und ein Flachband-Netzwerkkabel. Wollt ihr eventuell nicht benutzen. Flachbandkabel sind nicht so dolle. Kann zu Störungen führen, aber auf der Länge ist es jetzt, denke ich, nicht so problematisch. Und dann reden wir weiter darüber, warum ich sage, dass das okay ist, aber nicht so tolle. Das eine ist AC750, das heißt eine theoretische Maximalleistung von 750 Megabit. Realistisch würde ich sagen 200, 300 Megabit kriegt man wahrscheinlich hier raus. Was dumm ist, denn der Port, der hier dran ist, kann nur 100 Mbit. Das heißt also, per Kabel kriegt man weniger Geschwindigkeit als über die Funkschnittstelle. Bisschen doof. Und was war das zweite, was noch nicht so toll ist? Netzteil. Wie gesagt, muss man mitschleppen, aber USB geht. Und das dritte, er hat halt nur ein USB. Kann Vorteil sein, kann Nachteil sein, je nachdem was man hat. Okay, ich würde sagen, ich glaube, klemm das mal an und dann gucken wir mal. Hier hinten drauf steht irgendwas von tp-link-wifi.net-username-admin-passwort-admin. Das wäre auch irgendwie mein erster Vorschlag gewesen. Dann schauen wir mal, was dieser WiFi-Travel-Router so original liefert. Und natürlich dann, wie man das Ding umflasht auf OpenWrt, sodass wir am Schluss eigene Firmware drauf machen können. Gut. Ja, anschließend brauche ich da nicht groß zu erklären. USB. Da dran. Netzteil, die Steckdose. Und mit Glück. Hm. Na doch. Leuchtet's. Blinken heißt in dem Fall, dass er noch startet. Ich gehe in der Zwischenzeit schon mal hin und mache hier das Netzwerkkabel da dran, was dabei war. Im Übrigen hier ist ein Mode-Switch drauf. Hier können wir auswählen zwischen Share Ethernet, Share Hotspot oder AP Routing whatever. Im Prinzip bei der Originalfirmware ist es so, bei Share Ethernet ist es so, dass er hier Netzwerk erwartet. Das heißt, das kann man zum Beispiel an irgendeinen Router stecken, wie der Fritzbox oder so. Dann verteilt der hier ein WLAN und gibt das alles über die Fritzbox dann raus oder was auch immer ihr dran habt. Zweite ist Share Hotspot. Da macht man per USB so einen LTE-Stick oder 5G-Stick dran und kann den weiter verteilen. Und das andere, das ist dann normaler Access Point. Wie gesagt, für mich ist das erstmal irrelevant, weil ich da selber meine Software bauen werde. So. Was ich jetzt aber mache, ist den hier einmal an den Rechner anklemmen. Selbst voraus, dass ich an den Rechner dran komme. Sekunde. So. Am Laptop werden wir mal bei den verfügbaren WLANs gucken. Da haben wir schon direkt zwei neue. Den TP-Link 3413 und den TP-Link 3413 5G. Das heißt, der hat schon irgendwie ein Netz aufgemacht. Mich interessiert jetzt aber erstmal Evernet. Ich habe jetzt hier USB-Netzwerk dran geklemmt und nutze feste IPs. Jetzt müssen wir noch rauskriegen, was der hier für eine IP hat. Die steht nämlich dummerweise nicht drauf. Da steht nur dieses TP-Link WiFi.net. Jetzt stellen wir den hier mal auf external client und starten nochmal neu. Mal schauen, ob das einen Unterschied bringt. Dass er vielleicht in diesem Durchgabe-Modus, den ich gerade hatte, wirklich IT hier erwartet. DHCP. Und, naja, hängt halt mein Laptop dran. Da habe ich gerade keinen DHCP-Server laufen. Das heißt, wir warten mal einen Moment. Okay, Lampe leuchtet wieder. Dann gucken wir mal, ob wir diesmal irgendwo reinkommen. Und das sieht gut aus. Auf der 01 antwortet jetzt was. Dann nehmen wir den nochmal. Krallen uns einen Browser. Und das sieht gut aus. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, haben wir schon das Web-Interface von der Kiste. Admin, Admin. Das wollten wir ja. Und hier haben wir jetzt unseren Quick-Start, wo wir im Prinzip sagen können, was wollen wir denn machen. Es gibt verschiedene Sachen. Access Point ist normaler WLAN Access Point. Das heißt also, wir geben hier per Netzwerk, gehen wir an unseren Router. Und der hier verteilt das dann per WLAN das Internet weiter. Range Extender heißt, er verbindet sich mit einem anderen WLAN, nimmt das entgegen und verbreitet das weiter. Würde ich nicht empfehlen, weil das heißt im Prinzip, dass eure WLAN-Bandbreite sich da halbiert. Also wenn immer möglich, Kabel als Zuleitung benutzen oder halt andersrum. Andersrum wäre nämlich Client. Client ist so, dass dieser Access Point sich hier mit eurem WLAN verbindet und das WLAN einfach hier hinten auf der Buchse wieder rausgibt. Das ist ganz praktisch, wenn man Geräte hat, die kein WLAN selber haben, zum Beispiel ein älterer Raspberry Pi oder so. Kann man einfach hier so eine Box daneben machen, kann den Raspberry Pi hier dran stecken und dann kann der trotzdem im WLAN mitspielen. Gerade wenn man Dinge mal unterwegs installieren muss, ist das eventuell schon mal ganz praktisch. Muss man da nicht noch mit irgendwelchen USB-Treibern oder so romantieren. Es funktioniert nämlich dadurch, dass es einfach nur eine Netzwerkbuchse ist, komplett autark. Das heißt also, wenn man es einmal eingerichtet hat, kann man hinten alles dranhängen, auch wenn das eigentlich gar kein WLAN unterstützt. Also auch so Sachen wie ein Smart-TV, der kein WLAN kann. Irgendwelche Industriesteuerungen, die kein WLAN können und ist schon mal eine ganz praktische Sache. So, was mich aber interessieren würde, machen wir den hier mal als Client erstmal. Warten wir mal, bis das er hier gescannt hat und sagen ihm, er soll sich bitte zur Freifunk verbinden. Mac-Address Bridge-to-Bridge. Na ja. Gut, ist jetzt eigentlich das falsche, aber... Aha, DHCP heißt Smart-IP. Wie gesagt, es ist erstmal egal. Ja, der startet jetzt einmal neu, konfiguriert sich als Client und dann kriegen wir halt jetzt Freifunk hier. Na gut. Was mich aber mehr interessiert, das sind andere Dinge hier auf der linken Seite. Nämlich, was kann er so mit USB-Settings? Weil, ich hatte ja eben schon gesagt, das ist so das, was ich damit bauen möchte. So, ein Neustart später. Gucken wir mal, ob wieder was lebt. Jo, online ist er. Und in den USB-Settings, ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Wir können hier nämlich nur USB-Mass-Storage weiterleiten. Das heißt also, ja, Sharing FTP-Media-Server. Das heißt also zum Beispiel einen USB-Stick oder eine Festplatte anschließen. Und diese dann weiter betreiben oder weiterleiten. Und das ist etwas, was ich nicht möchte. Ich möchte damit ein bisschen mehr machen. Und ja, das ist aber ein Thema für ein anderes Video. Jetzt soll es dann erstmal darum gehen, wie kriegen wir denn hier drauf jetzt eine freie Firmware, die uns die ganzen Funktionen, die wir hier nicht haben, dann freischaltet und uns ermöglicht, den Router da ein bisschen besser zu benutzen. Und vor allen Dingen auch, wo wir sicher sein können, okay, wir haben da jetzt eine Quelle, wo wir auch regelmäßig Updates bekommen. Dann können wir mal gucken, wie es hier aussieht mit Updates. Firmware-Upgrade. Und ja, wenn wir gucken, das Vorinstallierte ist von 19, 10, 18, also wahrscheinlich der 18. Oktober 2019. Die aktuellste oder der aktuellste Bild 2022, 03, 29, also wahrscheinlich 29. März 2022. Hier sieht man aber auch so ein Problem ist es nicht unbedingt, aber eine Eigenheit von diesen Herstellern. Wenn das wirklich der 29. März ist, da ist die Firmware im März hergestellt worden, wurde aber erst im August dann veröffentlicht. Und das kann Sinn machen, weil dann hat man ein paar Monate, um zu prüfen, dass auch wirklich keine Fehler drin sind. Aber gerade wenn es irgendwelche Sicherheitssachen sind und hier steht ja Improved System Security, dann ist es vielleicht etwas, wo man nicht so lange warten möchte. Aber wie gesagt, ich möchte hier OpenWrt drauf haben. Das ist eine freie Firmware, Basis von Linux. Wenn wir hier mal gucken, WR902 ACV3. Da haben wir schon. Da haben wir den Router, based auf dem Mediatek Chip, den ich genannt hatte. Und wenn wir hier drüber gucken, haben wir erstmal die ganzen technischen Daten, was das denn kann und die Installationslinks. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Außerdem haben wir hier die OEM Installation Using TFTP Method. Das heißt also, so kann man da drauf installieren. Kommen wir dann gleich zu. Außerdem noch ein paar Hinweise zu Debricking. Debricking, das braucht man, wenn man ein Problem hat, wenn irgendeine Firmwareinstallation fehlgeschlagen ist, das Ding nicht mehr angeht. Dann gibt es Tricks, wie man hier mit diesen Anleitungen das Ding wiederbeleben kann. Außerdem eine serielle Verbindung. Damit kann man nachgucken, was das Ding tut. Muss man allerdings Gehäuse für öffnen. Ein paar Hinweise zum Stromverbrauch. Und auch ein paar Bilder vom Inneren, wenn man sich da zurechtfinden möchte. Hier sieht man im Übrigen auch diese Pins, diese Lötanschlüsse hier. Das dürfte der reelle Anschluss sein, wenn man da irgendwie die Konsole haben möchte. So, TFTP. Naja, die Sache ist normalerweise, wenn wir ein Firmware-Update machen wollen, dann gehen wir ja hier drauf. Auf diese Webseite wählen wir mit Browse die Firmware aus. Wir können das ja mal hier mit der Originalfirmware hier machen. Laden wir die mal runter. ZIP-Datei, super. Müssen wir die entzippen. Scheint, als ob wir die ZIP direkt reinmachen können. Wir wählen also mit Browse einfach die neue Firmware-ZIP-Datei aus, klicken Upgrade und ja, you put the wrong file. Das war irgendwie schon zu erwarten. Das heißt, wir müssen jetzt sogar die noch entpacken, was hier dummerweise nicht drinsteht. So, entpacken wir mal hier die BIN-Datei. Damit dürfte das besser funktionieren. Und das ist der offizielle Upgrade-Prozess. Wir gehen hier rein, wählen die Firmware, wählen Upload. Das Problem ist, es funktioniert einwandfrei, solange man die Firmware des Herstellers verwendet. Wir haben aber nicht die Firmware des Herstellers, sondern eine im Prinzip selbstgebaute. In dem Fall hier werde ich eine benutzen, die OpenWrt schon fertig hat. Man kann sie aber auch einfach aus dem Quellcode selber auf seinem Rechner machen. Hat den Vorteil, man kann selber beliebig Funktionen hinzufügen, löschen, den Programmablauf verändern, wenn man da irgendwie andere Dinge haben möchte. Das ist alles sehr flexibel. Aber hier für diesen Upgrader im HTTP-Interface, im Webinterface, da möchte der Hersteller gerne eine digitale Signatur. Das heißt, diese Datei, die wir von der Webseite runtergeladen haben, die hat eine Unterschrift drunter, die besagt hier, diese Datei ist so, die ist von uns, die ist original, das passt so. Ja, diese digitalen Unterschriften werden ungültig, sobald man was ändert. Und wir können natürlich nur unsere Unterschrift drunter setzen, nicht die vom Hersteller. Das heißt, wenn wir hingehen und die OpenWrt-Datei hier hochladen würden, dann würde der uns um die Ohren fliegen mit dem Kommentar, ja, nee, sorry, das ist keine gültige Firmware, die ist nicht von meinem Hersteller, das geht so nicht. Deswegen gehen wir auf diese TFTP-Methode, die wir hier hatten, wo auch immer sie jetzt hin ist. TFTP ist ein Protokoll, das wird heute eigentlich nur noch in sehr speziellen Fällen benutzt. Das ist eine Methode zur Datenübertragung. Was wir jetzt machen müssen, ist auf unserem Rechner einen TFTP-Server installieren. Unter Windows gibt es da zum Beispiel einen TFTP, die 64 heißt da glaube ich inzwischen, da kann man es einfach klicken. Unter Linux zeige ich gleich. Und müssen unserem Rechner auf der Netzwerkschnittstelle eine feste IP geben. Müssen gucken, dass möglichst die Netzwerkkarte schnell reagiert. Kleiner Tipp, solltet ihr Probleme haben, macht zwischen den Router und euren PC noch irgendeinen Switch oder so was oder einen Hub. Einfach, dass euer Laptop die ganze Zeit die Netzwerkverbindung da hat und nicht erst sich initialisieren muss, wenn der Router hochfährt. Im Prinzip, wir geben bei diesem TFTP-Server an, hier ist der Ordner. Wir nennen die Datei hier passend TP-Recovery-Bin und wenn wir den Router dann einschalten hier, respektive wahrscheinlich noch einen Knopf drücken, muss ich gleich mal gucken, dann bevor der sein eigentliches Betriebssystem startet, macht der mal kurz die Netzwerkkarte an, guckt nach, ist da irgendein TFTP-Server, der mir eine neue Firmware gibt und wenn ja, lädt er die runter und installiert die noch bevor die interne Firmware startet. Und das ist auch so ein Trick, sodass man jederzeit da was machen kann, solange dieser Boot-Prozess mit dem TFTP nicht beschädigt wird, was normalerweise bei einer Firmware nicht überschrieben wird, kommt man jederzeit dran und kann die Firmware ändern. Gut, wir warten mal hier, der blinkt noch vor sich hin, dass wir gleich wieder aufs Originalinterface kommen, wobei ich glaube, der ist schon fertig. Machen wir das mal hier. Jo, das sieht gut aus. Jetzt haben wir den aktuellen Bild drauf vom Hersteller. Aber auch hier nur USB-Mass-Storage, andere Sachen gehen nicht. Das heißt, wir wollen jetzt unser OpenWrt. Also, gehen wir mal hin und laden uns hier die Recovery-Datei runter. Die findet man unter Firmware-Install. Das ist die aktuelle Version 22.3.2. Copy-Link. Den lade ich mir hier in einem Ordner auf meiner Festplatte. So, das Ganze, bisschen langsam, naja gut, müssen wir noch umbenennen. Und zwar, wie bei der Name, der stand auch hier, tp-recovery.bin. Nehmen wir den. Jetzt müssen wir einen TFTP-Server starten. Es gibt unter Linux verschiedene. A, TFTP-D ist relativ bekannt. Muss man allerdings ein bisschen mit InetD, glaube ich, rumhantieren. Was ich relativ gerne benutze, ist TFTP-D. Der ist relativ simpel gehalten. Der, ja, braucht im Prinzip nur die Info, was er teilen soll. Das heißt also in unserem Fall die tp-recovery-Bin. Das heißt, wir können den einfach hier starten. TFTP-Recovery-Bin. Zumindest fast, wenn wir das probieren. Permission denied. TFTP läuft auf Port 69. Und um den zu nutzen, müssen wir leider Root-Rechte haben. Standard-Nutzer dürfen diese niedrigen Ports nicht benutzen. Das heißt, im Zweifelsfall müsst ihr einmal mit sudo oder ähnlichem das starten. So, wir sehen jetzt hier, simple read-only TFTP-Server. Das ist gerade noch mal in einem T-Max hier. Genau. Wenn wir hier nämlich schauen, hier haben wir unsere IP-Adresse schon gesetzt. Die 066. Das war die doch, oder? Genau. 066. Die muss unser Rechner haben. Das muss man dann einstellen. Entweder mit IP-Ad ganz normal. Oder wenn ihr eine GUI habt, dann über Network Manager und Co. Unter Windows läuft es über die Netzwerkeinstellungen. Da gibt man erstmal die IP-Adresse passend ein. Und dann, wie gesagt, TFTP D64. Wählt den Ordner aus, wo die Datei liegt. Und dann läuft auch das schon. Eventuell müsst ihr mit der Windows-Firewall oder was ihr da alles noch habt rumhantieren. Und jetzt müssen wir das Ganze in diesen Boot-Modus versetzen. So. Was ich jetzt noch mache, das ist ein TCP-Dump starten. Auf diesem Ding hier. Dass ich mitlesen kann, was der da tut. Okay. Jetzt sehe ich nämlich auch, wenn Traffic drüber kommt. Und was wir jetzt machen müssen, das ist den Reset-Button. Den kleinen hier drücken. Und dann erst einstecken. Das heißt also erst ausstecken, Reset-Button drücken, einstecken. Und dann warten, dass was Magisches passiert. Zum drücken brauchen wir irgendwas kurzes. Zum Beispiel so einen SIM-Karten-Pin oder ähnliches. Also. Stecker ziehen. Reset drücken. Und einstecken. Jetzt müssten wir eigentlich jeden Moment sehen, dass er die Datei anfordert. Request. Jo, das sieht gut aus. Scheint zu übertragen. Wir hatten hier wieder einen Timeout. Nein. Bytes send. Also er hat die Datei, wie es aussieht, übertragen. Mal einen Moment warten. Der muss die jetzt halt auf den internen Speicher schreiben. Und noch blinkt er ja komisch. Also das klingt so, als ob er was tut. Aha. Er startet neu. Okay. Power blinkt. Das heißt, er bootet. Power blinkt langsamer. Das heißt, jetzt bootet er im Betriebssystem. Das vorher war der Bootloader oder sowas. Theoretisch müsste gleich noch die zweite Lampe angehen. Das ist diese Internetlampe. Was im Prinzip nur heißt, dass hier der Netzwerkport verbunden ist. Dann sollte OpenBAT drauf sein. Oh, wait. Die Lampe ist angegangen. Ich dachte gerade, der wäre gebrickt. Dann gucken wir nochmal. 0,1. Nein. 1,1. Ja, auf der 1,1 antwortet was. Das klingt gut. Und ja. 1,1. Willkommen. Root. Einmal Enter drücken. Und tada. Da sind wir. Status. Ja komm. Jo. 902 ACV3. Mediatek. Alles, wie es sein soll. Wunderschön. Okay. Komplizierter als bei den älteren Modellen. Aber dank TFTP kann man es trotzdem noch umrüsten. Und jetzt habe ich hier meinen kleinen Router, der mit OpenBAT läuft und entsprechend dann hier auch ein bisschen mehr Software kann als das, was wir original haben. Wir hatten ja gesehen, original haben wir die Möglichkeit hier Client zu spielen für Ethernet. Also normales Kabelinternet oder DSL oder ähnliches. Können das Ganze per USB LTE Stick machen oder das Ding als Router benutzen. Einfach nur als normaler Access Point. Konnten aber mit dem USB Port halt nur entweder LTE fahren oder eine USB Festplatte oder so dran machen. Das können wir jetzt hier auch, wenn wir hier mal gucken. Es gibt ja hier jede Menge Software, die wir benutzen können. Unter anderem natürlich sowas wie Samba oder so, um Datei Shares zu machen. Aber wir können auch andere Sachen damit machen. Ein paar hatte ich ja in der Vergangenheit schon gezeigt. Zum Beispiel hatte ich ein OpenBAT-Gerät genutzt als USB-Druckserver in meinem Etikettendrucker. So, es ist also durchaus möglich. Aber auch andere Sachen wie zum Beispiel Sachen wie Cups oder Sane. Damit kann man Drucker zum Beispiel hier mit WLAN fähig machen, wenn sie ein USB haben. Es gibt Möglichkeiten wie Sehr-to-Net. Damit kann man alles, was seriell spricht, irgendwelche Arduinos oder halt mein Zigbee-Stick, dann da drüber anbinden und das weiterleiten, wohin auch immer man das braucht. Oder man kann hingehen, was ich machen werde und hohe USB-Daten hier entgegennehmen und weitermachen. Das Ganze sozusagen als USB-Server benutzen. Wie gesagt, wird nochmal ein Video zu kommen. Gut. Ich habe jetzt hier meine kleine Kiste. Die ist ein bisschen mobiler als so eine Riesenkiste hier. Das heißt also, ja, kann man mal eben in die Tasche stecken. Wenn man unterwegs ein paar Dinge braucht. Wie gesagt, wir werden ihn in Zukunft nochmal sehen. Aber bis dahin. OpenWRT läuft. Wir können damit unsere Software benutzen, wie ich das möchte. Und ich würde sagen, damit tut das Ding, was es soll. Ich werde einfach nicht ein paar andere Sachen benutzen. Aber bis dahin. Dissene Musik. Untertitelung des ZDF, 2020